Echt'n Schnaps, wollt nicht das Geserft, das wir hier ausschenken, dann kommt zu meinem Geheimversteck, wenn ihr euch traut. Dann gehen wir mal runter in Kadera. Scan. Ist okay, Genio. Ist okay. Kein Backseat-Gaming hier. Wir waren in die Slums, in die Slums, in die Slums. Hey. Hey. Was? Hashtag scan. Hashtag was? Ich ärgere euch doch nur. Hä, was ist hier für ne unsichtbare Wand? Wer ist die? Achso. Entschuldigung. Es sah so aus. Keine Ahnung. Es sah eigenartig aus. Rudi. Es sah eigenartig aus. Wo hab ich meine Karre wieder stehen lassen, hier auf dem Planeten. Wieso sind hier auf einmal so viele... wenigstens hab ich auf Kadera das Gefühl, ich hab hier ein bisschen was erreicht. Ja, ich war zu voll, diese drei Meter zu laufen. Das ist korrekt. Kann ich ins Wasser? Andromeda-Pflanzen-Probe in der Nähe geortet. Das soll eine essbare Pflanze sein. Sieht aus wie ein Sessel. Just saying. So, dann reisen wir mal eben hierhin. Nee, das Problem ist, dass der die Ausgabe macht, bis Ende des Monats da ist. Und ich darf die Ausgabe noch nicht bis zum Ende der Woche machen. Und damit ich immer in der Ausgabe bin, kriege ich keinen neuen Aufträge. Das klingt nervig. Wer wollte noch nicht seinen Sessel essen? Das stimmt auch wieder. Das stimmt auch wieder. Das stimmt auch wieder. Essbare Sessel! Vielleicht ist das ein neues Geschäftsmodell. Hä? Hä? Ist das nicht hier oben? Scanner macht grad gar nichts. Ist das dieser Typ da hinten? Nein! Wohin müssen wir gerade hier? Was ist unsere Mission? Das Geschäft der Schwarzmagender auf Kandera finden. Nein. Ey, ich hab das manchmal nicht mit diesem Sensor, ne? Vielleicht ist es auch dieses Shuttle, was da kurz aufgeblüht ist. Kann man schwimmen? Nein, wir können nicht schwimmen! Ey, kommt schon Leute! Ich lauf doch gerade im Wasser! Also ohne auf dem Boden zu laufen! Guten Tag! Fisch eingetroffen! Fisch eingetroffen! Fisch eingetroffen! Fisch ein Fisch! Fisch eingetroffen! Das ist für Stationsleiterin Cash! Dann sechs Flaschen! Was? okay wir haben die lieferung auf jeden fall fertig wenn das schön dass man hier einfach im wasser laufen kann rider jesus ja ein bisschen mit der pflanzenprobe in der nähe geordnet ja das ist ja nervig und du musst dann auf dem werkzeug aufpassen und die leute die den leuten in die hand drücken richtig genau das ist meine tätigkeit seit zwei wochen wo hast du einen punkt hingeschrieben der jüd mit dem ich zusammen spielen wollte kommt erst donnerstag abend nach hause das läuft ja wo ist denn jetzt pibis mission hier dann hätte ich doch meine nomad holen sollen können natürlich jetzt einfach aus der base zurück porten weil wir laufen er sich betreuen wenn entwickler zuvor sind schwimmen zu implementieren ja ich finde es halt aber ich finde es persönlich auch total verwirrend gerade dass sie in den wasser überhaupt laufen können weil du ja auf eos wenn du da ins wasser fällt einfach als automatisch tot gilt und einfach wieder zurück was denn ja mein bot ist in der hinsicht leider wirklich kacke tron da gebe ich dir recht aber das kriege ich leider auch überhaupt nicht raus und ich gebe zu ich habe mich damit auch noch nie können wir mit einem nomad ich habe mich damit nie auch auseinander gesetzt wir müssen die dosis verdoppeln kann ich immer noch hüte für meine hamster häkeln doktor wir müssen die dosis verdreifachen was wo ist das die tat her skuma ich glaube wir haben den falschen weg genommen das heißt wir jetzt ein bisschen es wird ein bisschen kompliziert aber das kriegen wir hier über den berg zu fahren er ist es für mega saure giftige üble wasser ja das kann sein so dieser weg wird kein leichter sein dieser weg wird besteinig und schwer wenn das nicht mauer tot ist ja ja guten tag herr bandit ich wünsche ihnen eine schöne reise er redet da mit mir anach ist du Da vorne steht schon direkt dran. Ja, so sieht's aus. Nerdy, ich wünsche dir eine gute Nacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Äh, ich folge da so Leute auf Twitter. Ach, du folgst so Leute auf Twitter, geil. Schön, dass du da warst auf jeden Fall. So, nichtsdestotrotz loopen wir hier. Oh. Eine Schrottflinte war hier drin. Schrott. Haben wir hier alles aufgebaut, die werten Damen und Herren? Das haben wir schon gescannt, ne? Wir waren hier nämlich schon auch überall. Ähm, jetzt haben wir aber hier noch so zwei kleine Missionen. Von wegen, äh, ja, mach mal. Scannen mal so ein paar Pflänzchen. Und das würde ich noch eben, bevor wir das für PB zu Ende machen, würde ich das noch gerne voranziehen. Hi, Chewie, na? Alles gut bei dir, altes Haus? Und ja, ich darf alle Boram so in die Hand drücken und in Ausbilder spielen, weil unser Ausbilder sehr beschäftigt ist, aber zum Glück habe ich morgen Schule heiß. Deswegen sind sie ein bisschen abwechselnd. Oh Mann, Tron, das tut mir ein bisschen leid für dich. Aber das schaffst du schon. Du bist ja nicht auf die Nase gefallen oder so, ne? Weißt du, ich habe gerade meine komischen zehn Minuten. Gehen wir es an! Ich möchte nur eine Pflanze scannen, Leute. Eine Pflanze. Es interessiert mich nicht, was ihr da macht. Ich will eine Pflanze scannen. Leute, entspannt euch mal, ja? Ihr könnt so gesetzlos sein, wie ihr wollt. Das interessiert mich nicht hier, richtig? Ja, du zählst mich nicht. Ja, ich muss hier runter, okay. Ja, ich muss hier runter. La, 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 la. Andromeda Pflanzenprobe in der Nähe geordnet. Ja. Hä? Ja. Es ist auch überhaupt nicht besorgniserregend, wenn diese Pflanze vorher in so radioaktivem Wasser gelegen hat. Aber sie ist jetzt essbar. Hey, ich als Koch, dieses Gericht habe ich mit viel Liebe kreiert. Typ vom Gesundheitsamt, sie haben ihn in die Suppe gewixt, oder? Aber da ist Liebe bei. Jetzt guck mal, das ist ganz schön ekelhaft, aber das ist Liebe bei. Liebe! Warum macht ihr Jungs sowas? Habt ihr mal wirklich auf Essen gewixt? Also, oder ist euch jemals dieser Gedanke in den Kopf geschiegen? Würde mich mal interessieren. Würde mich gerade auch interessieren, ob ich sowas auch mal... Meine Sensoren registrieren eine Andromeda-Pflanzenprobe in der Nähe. Ob ich auch so eine Idee irgendwann hätte in meinem Leben? Weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Nein, definitiv nicht. Wow, diese Frage, hey! Was ist denn diese Pflanze? Ist das das Lila? Ah, das Lila-Löchchen hier. Doch, ich bin sogar auf die Nase gefallen, hab mir am Anfang meiner Ausbildung das Sprunggelenk gebrochen. Oh, echt? Oh nein. Aber das tust du ja jetzt nicht mehr. Oh man, was machst du denn? Außer mich in Verlegenheit bringen. Da kommt man in den Isar-Stream und da kommt sowas. Hä, Chewie? Du bist viel zu selten hier, glaube ich. Das ist das gängige Niveau. Ich bin einfach ein Mensch, der stellt die absurdesten Fragen einfach. Warum darf ich mir solche Fragen nicht stellen? Ich meine, woher kommen denn solche Witze? Mal ganz ehrlich, sehen wir das mal objektiv. Woher kommen solche Witze? Eben dadurch, dass manche Leute eben auf diese geile Idee kommen. Also, es war ein sarkastisches Geil, jetzt möchte ich mal an dieser Stelle merken. Und sagen, dass sie wirklich mal auf Essen und so wichsen. Es gibt mit Sicherheit auch, da sind wir wieder bei den Fetischen, dass es mit Sicherheit auch Leute gibt, die einfach auf so einen Fetisch haben. Und damit möchte ich das ganze Thema auch erstmal so stehen lassen. So, was müssen wir hier einkaufen? Ich sehe es einfach mal ganz ehrlich so. Ich sehe das einfach so, dass man... Ich will nicht in die Karte, ich will in mein Logbuch. Ich möchte auch nicht in die Bepflanzung hier. Ich möchte in die Verbündete und Beziehung. Und da... Die Kisten bewegen sich nicht von selbst, Leute. Na, fröhlich. Diese Antwort würde dich verunsichern. Mich würde das definitiv nicht verunsichern. Ist der Typ das hier oben? Ich glaube schon. Ich habe eine runde Dark Souls hinter mir. Ja, das ist anstrengend genug wahrscheinlich, ne? Hey, das ist doch... Hä? Mit wem muss ich hier reden? Mit Peebee in Kadarra Port treffen und Mystery Tech... Hm. Was geht's? Hm. Das ist richtig. Wo ist Peebee, Mann? Wo ist Peebee? Petra. Liam. Drek. Das ist Joel. Das ist... Cora. Wo ist Peebee, Mann? Jim. Wer ist Jim? 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 Wir müssen auf jeden Fall eine Etage höher. Nicht zu dritt. Ich war fast schon etwas enttäuscht, wie leicht O und S waren. Was ist denn O und S? Deswegen bin ich doch auch nur hier. Ist er Lust, essen zu gehen? Ne. Ich verzichte Danken, Skow. Der Gebietsboss. Achso. Oh. Voll weh! Ich bin wirklich gesch... Warten Sie darauf, dass dieser Krogana auftaucht? Ich muss ihm nur die Reltech abkaufen, damit ich meinen Relikt-Scanner perfektionieren kann. Er und seine Leute tauchen bei allen Ruinen auf, die wir durchsuchen. Das kann einfach kein Zufall sein. Ich denke, sie könnten uns vielleicht irgendwie folgen. Das ergibt Sinn. Trotzdem... Ich finde es ja auch eine schöne Gute Nacht. Wenn Sie die Sicherheit wüssten. Ich arbeite daran. Ryder, bitte kommen. Wir haben ein Problem. Ich höre, Kello. Wir hatten hier einen Eindringling. Er hat sich an Bord und in Peebys Quartier geschlichen. Ihr Bot ist weg. Pock? Sind auch noch andere Bereiche betroffen? Wir gehen gerade alles durch. Aber ich glaube nicht. Sie haben ein beeindruckendes Stück Reltech und eine aufgezeichnete Nachricht hinterlassen. Ich übermittle sie jetzt. Ryder, hier ist Kalinda Terev, Palisarias. Naja, als was auch immer sie mich inzwischen bezeichnet. Danken Sie ihr bitte von mir für den schicken Bot. Ihr Ernst? Nur ein bisschen. Speichereinheit in Pock. Kalinda war schon immer anstrengend. Für einen Kick würde sie alles tun. Und wenn sich dabei auch noch Profit machen lässt, umso besser. Es tut mir leid, dass sie in diesen Mist mit reingezogen werden, Ryder. Aber sie müssen sich damit nicht befassen. Ich regle das schon. Versprochen. Äh, Hallöchen John. Schön, dass du da bist. Wie die guckt und schiebt. Was macht die mit ihren Augen? Ich weiß es nicht. Warum nicht? Ich koche auch, was du willst. Ach, Skumba. Ich glaube, da ist mir ein bisschen zu viel Liebe dann drin. Ich glaube, Rydas Nervensystem geht immer eine MS down. Ich glaube auch. Hey, wir stehen das gemeinsam durch. Äh, danke. Sobald ich einen Ansatz habe, wie wir Pock zurückbekommen können, melde ich mich. Oh, das Miststück hat mein Bot gestohlen. Wie unerwartet eigentlich. Oh Mann, ey. Ist jetzt diese Mission quasi Verbünden und Beziehung. Pibi. Pibi. Pock zurückholen. Warten Sie. Bis Pibi wegen Pock. Okay. Wie können die denn mal ganz ehrlich, wie kommen denn, wie kommen denn Leute bei mir auf das Schiff drauf? Und da mal eben Railtag und so einen riesigen Bot mal eben stehen und keinem fehlt es auf. Und man muss mal bitte darüber nachdenken, dass Kelle und Suvi da immer sitzen eigentlich. Okay, vielleicht nicht dann. Vielleicht waren sie ja auch irgendwie auf Kadera Port. Aber hallo, ist denn niemand an Bord? Und wie einfach kommt man auf die Tempest? Da ist dann zu viel Liebe in dir drin, Isa? Pock, ich habe gerade was anderes gehört. Pock. Ja, wenn Skuma für mich kocht, das ist definitiv zu viel Liebe. Also, das kann ich nicht kompensieren. Das tut mir auch leid, aber das kriege ich nicht kompensiert. So. Dann haben wir Kadera Port jetzt auch erstmal wieder abgefrühstückt. Das heißt, wir können zurück auf die Tempest. Oh, und dann weiß ich langsam nicht mehr, was ich tun soll. Nee, eigentlich, wir haben noch so ein paar, nee, Missionen, aber... Nein! Oh Gott. Ich habe da nicht draufgedrückt. Ich habe da nicht draufgedrückt, ja? Das ist okay. Isa, die Herzensfrecherin. Oh ja. Ich bin the breaker of hearts, nicht the breaker of chains. Irgendwie so. Ja, ja, ja. Ähm, nee, keine Ahnung. Was machen wir dann beim nächsten Mal, wenn wir Mass Effect an Dromeda spielen? Weil ich werde jetzt den Feierabend hier einleiten. Dann müssen wir ja mal wieder in unsere präzisierten Operationen gehen. Also, es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir jetzt endlich auf einen dieser neuen Planeten zugehen, weil irgendwie alle Missionen da mittlerweile auch sind. Deswegen... Wäre jetzt halt Quatsch, das nicht zu tun, ne? Also, von daher, Helios-Aufgaben. Wir haben auf Aya eine Mission, keine Ahnung, was ich da tun soll. Auf Nexus haben wir zwei Missionen. Dafür müssen wir aber irgendwo durch die Gegend düseln, was wahrscheinlich auch mit den neuen Gebieten zu tun hat. APX können wir ignorieren. Zusätzliche Aufgaben, wenn sie mir in den Schoß fallen, mache ich sie gerne. Wie viele sind das eigentlich momentan? Mal ganz ehrlich. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, zehn. Es sind gar nicht so viele, wie ich immer denke. Das ist okay. Haben wir jetzt die Mission nicht. Ich speichere mal eben an der Stelle hier. Nein! Kello, Ruhe! Ich speichere jetzt, habe ich hier gesagt. Ja, das ist fröhlich. Wie viel Prozent haben wir vom Spiel? 52, wir haben heute ein Prozent geschafft. Ja. Aber ich denke mal, wenn wir uns den neuen...